der nächste war kommt aus bulgarien christo torlakov er belegte rang 15 in qualifikationsgruppe b ist 19 jahre alt und ist hier zum ersten mal zum zweiten mal bei europameisterschaft am start und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Christo Turlakov. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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